Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part von Starbound Multiplayer mit Davide und Nolan Hallo Ich bin hier so in Discofieber wie ich aussehe Davide, du hast glaube ich noch einen zweiten Ofen Stellst du den auch hier hin? Juju Ich mache hier gerade in dem Ofen mein Gold, ne? Keiner nehmen, bitte Ja Kein Vertrauerton Das ist mein Stuhl Lala Leute, ich kümmere mich Sven, darf ich mir aus der Kiste hier das Oberteil und die Hose nehmen Ja, darfst du Das war meine Anfangs- Ne, das war Sven's Anfangs-Sachen, er hat meine Anfangs-Sachen an Ich dürfte gerne Wir kümmern uns hier mal jetzt gerade um Holz und um Linealen Linianen 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 Ich gehe mal auf den Planeten Ja, ja Ich kümmere mich um Streitstoff Wo seid ihr langgegangen? Ich bin auf unserem Anfangsplaneten und hole Holz So Oh, ich habe richtig viel Eisen gefunden Eisen brauche ich Ich auch Ich brauche Waffen Ich bin auf der Kiste Ich bin auf dem Planeten Und das kann ich Ich bin auf dem Planeten Ich kann meine Anfangs-Sachen Und das ist ein so so ist das Buggie das ist grad ein bisschen Buggie und wieso sind wir so leise im Let's Play her? Kann mir das mal einer beantworten? Keine Ahnung! Aber ich brenne! Ich bin... ich... ich hab einen Stuhl im Endeffekt! Ja, das gehört mir! Achso! Okay, ich hab kaum noch Leben... Kann's sein, dass ich der Beste von uns, der ausgerüstet ist? Ja, kann sein. Ich bin ja auch ein bisschen im Nacht... ... Wir pflanzen hier jetzt mal wieder die Bäumchen an. Alter! Vielleicht könnt ihr mir ja mal den Zuschauer erzählen, was ihr grade so macht. Mino! Ich hab ein richtig heftiges unterirdisches Ding, aber ich glaub da hat sich schon jemand hingegraben. Da ist irgendwie so ägyptisch oder so. Ja, da waren wir! Ja! 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 Du bist hier gleichzeitig! Ja! Finger curd. Boah, hier muss ich ein Screenshot machen. Ich bin tot. Kein Wunder, wenn man alleine und sowas macht. Huh? Was sagst du? So? Keine Ahnung. Also hier tat ich gerade die Vollmann-Würfe, die da die Idee hatte. Ich kümmere mich mal gerade um Banditschüsse, ne? Ja. Wachsen Lian eigentlich nach? Ja. Wachsen Lian eigentlich nach? Ja. Dann ist hier gut. Oh, eine Uhr! Wie viel Uhr ist das überhaupt? Schon 8 Uhr. Oh, ich muss gleich wahrscheinlich essen. Was Luketsch Frau jetzt kapite für mich? Oh, mein Diener ist weg. Oh! Oh! Alter Sven, du bist gleich tot. Ich brauch Kupfer. ich hab genügend würdest du mir was geben was bekomme ich dafür Prozent weiß nicht den Stuhl müsste ich so oder so bekommen Prozent warum ist hier eine Fackel ich hab zwei Gold, zwei Goldbarren wie viel Kupfer brauchst du? einfach so ein bisschen, wie viel hast du? hast du schon zu bachen gemacht? Töne ja einfach so viel, dass ich mir keine Ahnung, irgendwas machen kann also warte, ich gucke mal gerade ich bräuchte 20 20 boah, boah, zwampig hab ich nicht ja, okay, dann einfach so viel wie du hast wenn es okay wäre für dich ich bin ja sowieso als äh, spätester angefangen äh, als letzter 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Stimmt, wir reden gar nicht. Aber ich müsste eigentlich gleich essen. Es wäre doof, wenn ich dann mitten in der Aufnahme irgendwie weggehe. Ja, wir können dann schneiden. Wir können dann... genau, wir können dann schneiden. Hm. Boah, wir sind die Achsen in der Hand. Okay, das bitte rausschneiden gerade. Kann man nur, wie das geht. Okay, ich geh jetzt essen, tschüss. Boah, wie geht das, ne? Warte mal kurz. Ich mach dann einfach eine Aufnahmepause. Wieso? Oder ne, dazu ist schlecht. Mach mir irgendeinen Schnitt. Nee, lass doch einfach weitermachen. Ach. Ach so. Oh. Ich hab das jetzt verstanden. Nein! Ich hab gar nicht gesehen, wie viel Leben ich noch hatte. Scheiße, ich bin gestorben. Oh. 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 Was hast du da schon wieder? Findest du, ich seh gut aus? Geht so. Oben in der Kiste liegen sieben Fleisch, falls du was brauchst. Nö, nö. Denk dran, Holz oben in die Kiste. Ansonsten. Geht nicht wieder auf Holzfahnen. Also ich hab jetzt noch... Ich hab jetzt noch Kohle, weil es umfällt. Oh, wo ist die Uhr? Jo. So richtig geil, ein Haltenbrall. Also ich sag mal, so langsam kämpfen wir auch weiter. Ja, ich hab nicht viel überwurte. Will ich. Ich hab lieber ein bisschen was in Reserve. Boah, ich hab jetzt einen Gold-Spitzer. Findest du das scheiße, dass ich weiterentwickelt bin? Nee. Ähm, kannst du mir ne bessere Axt machen, als ne Stone-Ext? Äh, ich weiß gar nicht, ob das geht. Nee, das geht nicht. Ich meine, der Kuber kann nur all den Axt machen. Ich hab's noch nicht mal genügend Stein gemacht. Ich bin... du hast nicht die Wand! Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht die Wand. Was ist so sheriff? billionaire. Oh, was ich bin? Was ist geneised? wirklich rum. Ich komme zurück zum Backel. Habe ich eine Pflanzfeder? Ne, habe ich nicht. Dann habe ich eine Pflanzfeder. Ein Steck sind 1000, um gut zu müssen. Und dann, wenn ich nicht mehr in der Pflanzfeder. Ich nehme an den Pflanzfeder. Ich habe eine Pflanzfeder. Lösung machen. Ich bin liegen ganz weit herunten. Kommst mit mir? Ne, ich bin grad am Puls schmelzen sozusagen. Oh, cool. Und Eisen. Ich bin grad am Dach. Und der Und der Dach. Dach. Vielen Dank. Vielen Dank.